Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft mit der Kondaria mit meinem Menschen die Naruto und mir sind Yoshi. So, ich habe gerade mal gefragt, dass sie die Freunde verplatten waren, nachts oder abends und zwar, und dann können wir natürlich keine äh 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 die uns schon keine Indie anmelden dürfen äh da gibt ja dann die Verlustschlauge die uns dann wieder verhaut wird außer Reichweite und dann da die Leute Freilablasten treiben und dann hier da rein äh in die Indie rein und äh das ist zu weit entfernt aus die große die 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 Das ist zu weit entfernt. Wenn ihr euch ja die Volk mal anklicken würdet oder anklicken würdet, dann guckt man, wer das her ist. Das ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch spielen. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Vielleicht wollte er mit spielen. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ich muss näher heran. Ich kann das nicht tun. Noch nicht bereit. Die Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das regt immer noch auf. Der Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich habe kein Ziel. Für die Leute, die euch hier anklicken, Ich bin auserreicht. Ich kann das noch nicht machen. Abonnieren und aufnicken. Einen Lernstück noch nicht. Wenn ihr die Videos anklicken, oder Wenn ihr das mit Netflix totalen Facebook anklicken würdet. Für die Dreh. Wir haben die Dreh. Wir haben auch mal eine Karte, die wir die Sachen finden. Die Wölkchen haben wir ja jetzt schon gerade alle. Und wenn die Rats sind. Die Wölkchen. Die Wölkchen. Behörde. Das ist bei uns jetzt die Angelegenheit. Da haben wir einen Platt aus. Wir sehen, wir haben ja die Angelegenheit. Wo? Ah, die sind da zur Unterzone. Die Auszone. Sie sind gerade für mich verbaut. Ich muss näher heran. Das ist zu weit entfernt. Ich bin außer Reitreite. Noch nicht bereit. Das ist zu weit entfernt. Ich kann das noch nicht tun. Diese Möglichkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Diese Reitreite ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. So. Ich kann das noch nicht tun. Ich muss näher heran. Ich bin außer Reichweite. Das lädt immer noch aus. Das ist zu weit entfernt. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Der Zauber ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Noch nicht bereit. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Das lädt immer noch aus. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich kann das noch nicht tun. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wer seid ihr denn? Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Ich kann das noch nicht tun. Das ist so wichtig. Ich will ich jetzt nicht tun. Ich will die Fähigkeit sein. Und das ist so wichtig. so noch nicht bereit ich kann das noch nicht tun dieser zauber ist noch nicht bereit nicht genug in der hand nicht bereit diese fähigkeit ist noch nicht bereit ja ich kann das noch nicht tun ich kann diesen zauber noch nicht noch nicht bereit noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht Noch nicht bereit. Also, ich sieht als ganz fala. Also, kannst du das so schnell sein? Also, kannst du das so schnell? Also, das ist ein paar Elbe aufgeschafft. So, ich habe nicht ein Kind genommen, denn ich werde das so schnell über etwas. Möge der weiße Tiger über euch wachen. Und jetzt? Hey, Jo. Reist du fast. Möge eure Reise langsam. Also dann. Ich glaube, wir haben uns hier lang genug aufgehalten. Diese Donnerfußens sind ja gute Leute, aber sie haben nicht mal genug Bier, um ein Fässchen zu füllen. Lass uns etwas zu trinken suchen. Was meinst du, Lili? Na, wenn Bier dich zum Aufstehen bewegt, dann sicher. Lass uns Bier für dich finden. Auf Wiedersehen, Chang. Viel Spaß bei Trübtrum, Kinder. Und nochmals danke. Ich habe die ganze Zeit nicht mehr. Wir sehen für ihn wahrscheinlich noch viel seltsamer aus. Was? Wir sind alle Pandaren hier. Nur weil wir von der Schildkröte starben, sehen wir noch lange nicht komisch aus. Wir suchen einen Braumeister namens Trübtrunk. Kennt ihr ihn? Ich bin Trübtrunk. Mehr will das wissen. Ich bin Chen. Und das hier ist meine Nichte Lili. Lili. Könnt ihr was gegen Schädling ausrichten? Aber sicher doch. Auf der wandernden Insel habe ich bestimmt mehr als eine Million Schädlingen verprügelt. Ihr habt ein Schädlingen-Problem? Wir helfen euch gern, Trübtrunk. Kein Schädling-Problem. Ich habe doch gesagt, dass er komisch ist. Soahren bin ich verwendet und ein Schäten herumgelegt. 절대 Ver thrüben! Ja, ich bin schon bald, ich bin schon bald, ich bin schon bald. Guten Tag! Bis bald! Bitte ganz. Hey! Und nicht mich mehr! Ihr seht ein wenig ausgetrocknet aus. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich muss näher heran. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Ich bin außerreichend. Ich habe zu wenig Energie. Nicht genug. Ich habe zu wenig Energie. Der Zauber ist noch nicht bereit. Noch nicht bereit. Ihre Fähigkeit ist noch nicht bereit. Das wird immer noch aus. Ich kann diesen Zauber noch nicht wirken. Ich kann das noch mit dir. Zauber noch nicht bereit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020